Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Amazon, Palantir und AMD. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video im Wirtschaftskalender und wie jeden Freitag gibt es einen kleinen Wochenrückblick und ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass heute gleich zwei Wochen zu Ende gehen. Es war eine absolute Wahnsinnswoche, Anfang der Woche mit diesem kleinen Flash Crash am Montag. Volatilitätssenex kurz mal auf 65 nach oben geschossen. Im Umfeld eben auch von der teilweise Rückabwickelung des Yen Carry Trade, aber auch von eben den massiven Wachstumsängsten, die letzte Woche übers Wochenende so stark in den Markt reingedrückt wurden. Ihr erinnert euch, am Freitag dieser katastrophale Arbeitsmarktbericht und dann eben übers Wochenende diese Schlagzeilen rund um den Samenindikator, auch geopolitischer Stress, der hier in den Markt eingepreist wurde. Und das hat dann eben am Montag dazu geführt, dass diese Abverkäufe seit Anfang Juli eben diesen Höhepunkt erlebt haben. Seit Montag konnten sich die Märkte dann durchaus erholen. Das schauen wir uns heute auch in der Chartanalyse an. Auch natürlich so ein bisschen unterstützt von einem gewissen News-Vakuum. Gestern ja dann der stärkste Handelstag im S&P 500 seit dem November 2022. Und das muss man eben sich anschauen. Klar, das war auch technisch begründet. Keine Frage, so eine Erholung, die war hier durchaus auch mal nötig im Markt. Aber das Ganze war eben gestern begleitet von diesen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die etwas kühler reingekommen sind, als es der Markt antizipiert hatte. Die Vorwoche wurde auf 250.000 nach oben revidiert. Die aktuelle Woche wurde gemeldet mit in Anführungsstrichen nur 233.000. Und das hat dem Markt gestern eben so ein bisschen geholfen, diese Wachstumssorgen wegzuschieben. Wir haben es ja auch gesehen, die Zinsen am Rentenmarkt in den Vereinigten Staaten deutlich angestiegen. Wir werden uns aber auch noch gleich in keinen Ausblick anschauen für die kommende Woche. Und da sind wieder wichtige Wirtschaftsdaten dabei. Richtig wichtige Wirtschaftsdaten. Gerade eben, was die konjunkturelle Situation angeht, ich bin durchaus gespannt, wie der Markt kommende Woche reagieren wird. Heute gab es dann auch die Verbraucherpreise in Deutschland. Die sind völlig im Rahmen der Erwartung reingekommen. Im Jahresvergleich liegt die deutsche Inflation jetzt bei 2,3 Prozent. Hier schauen wir noch eben auf den Wirtschaftskalender für kommende Woche. Und da direkt auch schon mal die Einladung am Sonntag natürlich am Abend fürs Marktbriefing mit wichtigen Grafiken und Makrodaten. Da werden wir uns versuchen, bestmöglich auf diese kommende Woche vorzubereiten. Und eins kann man schon mal sagen, da wird vor allen Dingen, was die Wirtschaftsdaten angeht, ein ganz anderer Wind wehen als diese Woche. Am Dienstag direkt um 14.30 Uhr die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch dann um 14.30 Uhr die Verbraucherpreise. Und hier erwartet der Markt jetzt bei der Headline das erste Mal eine 2 vor dem Komma, 2,9 Prozent Verbraucherpreisindex. Und am Donnerstag dann die Einzelhandelsumsätze in der Kernrate natürlich und in der Breite. Also ihr seht, das sind wirklich wichtige Daten, die jetzt hier auf den Markt zukommen. Und da bin ich eben sehr, sehr gespannt, wie die Preis-Action kommende Woche ablaufen wird. Und wir werden uns auch noch gleich ganz kurz was anschauen und das werden wir dann am Sonntag im Marktbriefing auch im Detail besprechen. Es könnte nämlich der nächste in Anführungsstrichen 100 Prozent Rezessionsindikator bereits am Horizont auf uns warten. Und das könnte natürlich dann auch von den News entsprechend gespielt werden. Stichwort Sam-Indikator vergangene Woche. Und da muss ich dazu sagen, wenn hier dieser Indikator, den ich jetzt auf dem Schirm habe, gespielt wird, das könnte dann möglicherweise sogar nochmal eine etwas heftigere Tragweite bekommen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und zwar geht es dabei um die invertierte Zinskurve zwischen der 2- und 10-jährigen Staatsanleihe. Und ich bin mir relativ sicher, schreibt mir das mal in die Kommentare, wer von euch hatte bis vor ein, zwei Wochen von dieser Samenregel schon mal was gehört und wer von euch hat und hatte von dieser invertierten Zinskurve schon mal was gehört. Und ich bin mir relativ sicher, dass deutlich mehr von euch dieses Thema irgendwo in den letzten Monaten mal aufgeschnappt haben und auf dem Schirm haben. Und das meinte ich gerade damit, dass das potenziell, wenn das medial gespielt werden sollte, eine etwas größere Tragweite sogar nochmal haben könnte als diese Samenregel. Und man muss auch sagen, mich hat es gewundert, dass es diese Woche überhaupt nicht stattgefunden hat in den Medien, weil wir sehen, dass das Hoch der aktuellen Wochenkerze hier bei 0,01,1% liegt. Sprich, für einen kurzen Augenblick in dieser Woche war die Zinskurve zwischen der 2-Year- und der 10-Year-Yield bereits komplett reinvertiert. Und hier muss man sagen, das war in der Vergangenheit ebenfalls ein Indikator mit einer 100%igen Trefferquote, dass er im Umfeld oder im Vorfeld einer Rezession angeschlagen hat, aber ähnlich wie die Samenregel auch eine wahnsinnig schwache Trefferquote hat, wenn es ums Thema Timing geht. Also auch hier wieder etwas, was man zwar auf dem Schirm haben muss und ich calle hier auch nichts. Das möchte ich ganz klar dazu sagen. Mir ist das nur aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, dass das so überhaupt kein Thema jetzt aktuell ist und möglicherweise spart man sich das gerade noch so ein bisschen auf, wenn die Märkte eben nochmal so ein bisschen volatil werden sollten, dass das dann letzten Endes hier nochmal so ein bisschen mit reingestreut wird. Denn wir wissen durchaus, dass die kommenden Wochen auch saisonal gerne noch etwas schwächer sind. Also haben wir das grundsätzlich mal auf dem Schirm. Wir haben jetzt gemerkt, wie datenabhängig dieser Markt ist. Das wurde ihm jetzt auch von der FED beigebracht, knapp zwei Jahre lang hier datenabhängig zu sein. Wir haben kommende Woche wichtige Wirtschaftsdaten und wir haben hier einen wunderbaren Trigger, den man dann letzten Endes nochmal so ein bisschen dem Markt zwischen die Beine werfen könnte, wenn das Ganze dann möglicherweise doch nochmal ausgebremst wird. Wichtig ist aber auch, wie gesagt, zwei Dinge. Und da werden wir am Sonntag auch im Marktbriefing noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Auf der einen Seite muss man auch sagen, wie gesagt, die Trefferquote fürs Thema Timing hier bei diesem Indikator ähnlich schwach wie bei der SAM-Regel. Und auf der anderen Seite muss man eben auch ganz klar dazu sagen und auch das werden wir uns am Sonntag nochmal anschauen im Marktbriefing. Es ist längst nicht so eindeutig negativ, wie es die breite Meinung ist, wie der S&P 500 performt im Rahmen von Zinssenkungen, auch wenn diese im Rahmen einer Rezession stattfinden sollten. Damit kommen wir zu den wichtigsten Charts des Tages für die vollständige Marktanalyse. Kommt natürlich auf den Discord und werdet ab 4,99 Euro im Monat 10x-Member und stoßt zu den über 1.000 Mitgliedern. Wir beginnen mit dem Goldpreis, der sich sehr, sehr schön nach oben kämpft. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass hier der Aufwärtstrend nochmal gehalten hat für Gold. Muss man aber auch dazu sagen, wir haben hier derzeit nur bis zum jetzigen Zeitpunkt auch ein weiteres, tieferes Hoch im Chart. Und auch aus Sicht der letzten Downside sind wir jetzt genau am 61er Fibonacci angekommen. Also dieser Bereich um die 2.440 US-Dollar ist jetzt hier nochmal wichtiger Widerstand für den Goldpreis. Wir zeichnen uns hier natürlich jetzt auch diesen Aufwärtstrend mal ein beim Gold, der durchaus bereits aktuell so ein bisschen unter Beschuss gerät. So ein Backtest von diesem Aufwärtstrend habe ich durchaus nochmal auf dem Schirm. Ein Backtest der 2.400 US-Dollar und wenn der Goldpreis es hier schaffen sollte, direkt aus den 2.440 auszubrechen, dann sehen wir hier wieder diese wichtige Widerstands- und Zielzone. Und das wäre dann der Bereich um 2.450 bis 2.465. Wir kommen zum Bitcoin und der ist gestern nicht nur aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, sondern auch massiv weiter nach oben geschmolzen. Ein wahrer Short Squeeze hier beim Bitcoin. Seit dem Tief, was wir gesehen hatten am Montag, war der Bitcoin zeitweise um 27 Prozent bereits angestiegen. Man muss aber auch sagen, er hat jetzt hier einen wichtigen Level Widerstand gefunden für den Moment, nämlich genau aus Sicht der gesamten Downside. Wir waren ja vor wenigen Wochen Ende Juli bei 70.000 bis 71.000 nochmal angekommen. Am Tief waren wir dann bei sogar knapp unter 50.000 und genau aus dieser Downside ist der Bitcoin jetzt hier beim 61er und 65er Fibonacci abgeprallt. Im Extremfall dürfte er sogar von hier nochmal komplett abkochen auf die 54.000 bis 55.000. Also wenn wir beim 61er Fibo waren, darfst du im Extremfall das 23er backtesten. Das 38er wäre der Bereich um 57.000 US-Dollar. Also wichtig, das war jetzt hier eine sensationelle Arbeit vom Kryptomarkt allgemein, aber explizit auch vom Bitcoin. Milden Dip sehen wir bereits, auch knapp unter der 250-Tage-Linie. Das ist aber aktuell, muss man wirklich sagen, absolut kein Problem, auch wenn er noch ein bisschen tiefer kommt. Wichtig ist, dass wir hier jetzt übergeordnet dann auch aus der 200-Tage-Linie und damit aus den 62.000 bis 63.000 US-Dollar ausbrechen. Und dann ist letzten Endes bahnfrei in Richtung der 66.000 bis 67.500. Da müssen wir uns dann aber langsam, aber sicher eben wieder mit der übergeordneten Widerstandszone von diesem Trendkanal auseinandersetzen. Und was man sich jetzt hier auch anzeichnen kann, ist natürlich aus Sicht des Tiefs, was wir zuletzt gesehen haben, entsprechend dieser Aufwärtstrend, der hier durchaus jetzt den zweiten Berührungspunkt eben am letzten Tief hatte. Und da sehen wir auch, dass der Bitcoin noch ein wenig Platz hätte, um zu konsolidieren. Wichtig ist, dass wir jetzt von hier nicht komplett wieder abstürzen, denn im Extremfall, da müsste halt wie gesagt wieder sehr viel Volatilität reinkommen. Impuls korrektiv ans 61er Fibonacci. Es ist noch nicht komplett auszuschließen, dass der Bitcoin hier nochmal runterkommt. Ein wichtiges Signal wäre, dass er jetzt eben hier nicht wirklich kläglich an der 200-Tage-Linie dann scheitert. Und wir hatten uns eingangs ja die Zinskurve zwischen der 10- und der 2-jährigen Staatsanleihe angeschaut. Hier schauen wir uns jetzt mal den Chart an der 10-jährigen Staatsanleihe. Wir waren bei den 4% gestern zeitweise mal und sind aber heute wieder ein bisschen zurückgekommen auf 3,94%. Ich hatte auch gesagt, mir fehlt noch so ein bisschen der Backtest von diesem Level um die 3,8%. Wenn man allerdings jetzt hier das Ganze sich anschaut, dass wir hier eben wie gesagt Support hatten, drunter gebrochen sind. Und wenn er sich dann hier wieder Support suchen sollte, dann müsste man sogar auf dem Schirm haben. Naja, bricht er dann hier möglicherweise sogar aus in Richtung der 4,2%. Und dann wird es eben interessant, auch aus Sicht der Zinskurve. Da müssen wir gleichzeitig dann auch die zweijährige Staatsanleihe beobachten. Ob sich das Ganze dann wirklich so entwickelt, dass sich die Zinskurve dann vollständig reinvertiert. Und wie gesagt, dann in dem Umfeld ganz klar auf den Newsflow achten. Damit kommen wir zu den Aktienmärkten und beginnen mit dem Volatilitätsindex. Und was hat der bitte für eine Woche hinter sich? Er hat sich am Montag aufgeschaukelt im größten Eintagesanstieg aller Zeiten tatsächlich um etwa 180% in der Spitze auf über 65%. Nur um jetzt wieder vollständig zurückzukehren, ein Minus von knapp 70%. Der Wix sitzt jetzt hier auf dem Level von 21. Hier ist eine kleine Kurslücke von vergangenem Donnerstag auf Freitag. Die müssen wir ganz klar auf dem Schirm haben. Und ich sage auch dazu, um hier so richtig Entwarnung auch geben zu können, muss er uns zeigen, dass er wieder zurückkommt unter die 20. Deutlich idealerweise auch unter diesen Abwärtstrend. Solange sich der Wix noch über den 20 hält, kann er sich jederzeit auch nochmal so ein bisschen eben in Richtung dieser Level aufschaukeln. Dass das Top beim Wix drauf ist, davon gehe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus. Da müsste schon wirklich nochmal richtig was kommen für die Märkte. Da müsste schon nochmal richtig was passieren, dass der Wix nochmal in diese Levels vordringt. Aber auch eine Volatilität beispielsweise von 30 oder von 35 würde reichen, um im Extremfall bei den Indizes auch die Tiefs nochmal anzutesten. Das werden wir uns jetzt auch gleich anschauen, wenn wir uns die Chartanalyse der US-Aktienmärkte anschauen. Aber hier muss man wirklich sagen, Gott sei Dank ist Freitag. Denn was haben wir hier bitte eine Woche hinter uns mit einem Wix an der Spitze von 65 mitmärkten, die hier wirklich teils im freien Fall waren und jetzt aber auch eine unglaublich starke, bis dato Erholung hinlegen konnten. Damit kommen wir zum S&P 500, der seine Erholung aktuell auch fortsetzen kann. Der mit der aktuellen Acht-Stunden-Kerze auch neue Wochenhochs hier erreicht und der jetzt vom Tief am Montag, was wir über 5091 Punkte gesehen haben, in der Spitze um über 5% angestiegen ist. Der es aber aktuell noch nicht, muss man sagen, geschafft hat, aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Und ohnehin müssen wir den Abwärtstrend beim S&P 500 so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Stichwort dieser Spike rund um die Fettsitzung, der dann nochmal komplett abverkauft wurde. Was für mich ein sehr wichtiges Widerstandslevel ist, sind die 5400 Punkte. Wenn er das schaffen sollte, das wirklich rauszunehmen, dann muss man wirklich von der großen Trendwende ausgehen. Dann können wir auch davon ausgehen, dass wir in Richtung der 5500, 5600 Punkte vordringen. Aber jetzt aktuell und vor allen Dingen auch noch unter den 5400 Punkten bin ich auf zwei Dinge sehr gespannt. Einmal auf den Wochenschluss. Wir werden es uns gleich im Nasdaq anschauen. Den schauen wir uns nämlich im Wochenchart an. Dort wäre es sehr, sehr wichtig, dass der Markt wirklich an den Wochenhochs es schafft, aus der Woche rauszugehen. Dann haben wir nämlich eine interessante Wochenkerze im Nasdaq-Kassamarkt. Und insgesamt müssen wir aber dennoch auf dem Schirm behalten. Gerade jetzt mit den wichtigen Wirtschaftsdaten kommende Woche. Falls das Ganze nochmal ein bisschen rutschig werden sollte. Wir sehen hier unten im Rahmen unserer blauen Projektion, dass die 200-Tage-Linie auch immer näher kommt. Und umso länger das hier dauert, diese Konsolidierung, umso möglicher wird auch, dass wir nicht mal neue Tiefs bräuchten im Nasdaq und im S&P 500. Um potenziell bei nochmal 5090, 5095 Punkten, eventuell sogar die 200-Tage-Linie abzuholen. Wichtige Widerstandszone, 5400 Punkte, natürlich absolut wichtige Supportzone wäre dann hier der Bereich um die Tiefs herum zwischen 5090 und 5150 in etwa. Damit kommen wir zum Nasdaq 100 und der hat sich seit dem Montagstief bereits erholen können um sage und schreibe knapp 8%. Was war diese Woche bitte bei den Aktienmärkten los? Wir sehen auch mit der aktuellen 8-Stunden-Kerze ein neues Wochenhoch jetzt für den Nasdaq, das wir gesehen hatten bei 18.572 Punkte. Aber wir sehen es auch eindeutig, der Nasdaq ist noch unter dem großen Abwärtstrend, der sehr, sehr schön respektiert ist und der sich hier auch jederzeit noch eine Berührung abholen kann. Die 5400 Punkte, habt ihr gerade gesehen, die sind so ein bisschen über dem Abwärtstrend beim S&P. Hier haben wir noch ein bisschen Platz sogar, gegebenenfalls sogar in Richtung 18.900 Punkte beim Nasdaq, um dann hier wirklich am Showdown anzukommen, am Make-or-Break anzukommen. Und auch extrem interessant finde ich, dass die 20-Tage-Linie hier genau an diesem Cross derzeit jetzt ankommt zwischen dem übergeordneten Aufwärtstrend. Da möchte ich dann sehr, sehr gerne nach dieser Korrektur wieder zurückkommen in diesen Aufwärtstrend-Kanal, das wäre unglaublich bullisch. Da können wir sogar nochmal über deutlich höhere Targets reden, auch über neue Allzeithochs beim Nasdaq und eben diesem aktuellen Korrektur-Abwärtstrend. Und wie gesagt, von hier ein Washout runter nochmal auf den übergeordneten Aufwärtstrend, den wir uns jetzt auch gleich im Wochenchart anschauen werden. Hier kann alles passieren, hier kann im Extremfall auch nochmal ein Dip reinkommen unter die 200-Tage-Linie. Hier könnten nochmal Abverkäufe reinkommen um die 8%. Solange der Nasdaq aus diesem Abwärtstrend hier noch nicht ausgebrochen ist, muss man ihm hier noch jegliche Volatilität zutrauen. Aber, und das muss ich auch ganz klar dazu sagen, und deshalb wird es auch relativ wichtig sein zu sehen, wo wir heute schließen. Falls wir hier positiv und vor allen Dingen an den Wochenhochs aus der Woche gehen sollten, sehen wir eine nahezu perfekte Bullish Marabazoo-Kerze im Nasdaq 100-Wochen-Chart und zwar hier im NDX, also im Kassamarkt. Und wo hat sich die Support gesucht? Ganz genau am Aufwärtstrend seit dem Januar 2023 tief. Das ist übergeordnet, wenn man so möchte, der Aufwärtstrend des Tech-Bull-Runs und den respektiere ich absolut. Hier ist auch die 50-Wochen-Linie, 200-Tage-Linie, die April-Tiefs. All das kommt hier zusammen und das eben mit diesem Flash-Crash und diesem Wix 65, den wir am Montag gesehen haben. Und ich sage auch so ein bisschen, wobei es hier natürlich zwei Meinungen gibt. Der eine sagt, es reicht leicht, wenn der Wix auf 30, 40 nochmal anspringt, um diesen Trend hier zu brechen. Ja, kann passieren. Ich sage, wenn dieser Wix von 65 hier aber nicht gereicht hat, um diesen Support zu brechen, dann schätze ich diesen Support zumindest mal sehr, sehr stark ein. Muss er auch sein, denn wenn wir hier drunter brechen sollten, dann ist hier sehr, sehr wenig Support. Dann könnte man so gar einen Fall aufmachen, braucht der Nasdaq dann hier möglicherweise sogar die 200-Wochen-Linie. Und was auch spannend ist, aber wie gesagt, dafür kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, ob das wirklich, und das werden wir uns am Sonntag im Marktbriefing anschauen, wo wir hier aus dem Handel gehen. Das Wochenhoch ist in etwa bei 18.567, eben auch das Hoch der aktuellen 8-Stunden-Kerze, die wir gerade angesprochen hatten. Und wenn er dort schließt, dann haben wir eben, wie gesagt, diese Bullish Mara-Bazoo-Kerze. Und die ist in sich ein Trade-Setup. Der Entry ist dann letzten Endes das Wochenhoch. Letzten Endes der Abschluss einer solchen Kerze, der Stop liegt letzten Endes unter der Kerze. Also du hast dann hier durchaus eine Chart-Umkehr-Formation geschaffen in dieser Woche. Was aber nicht bedeutet, dass diese nicht nochmal angetestet werden kann. Hier kann alles nochmal reinkommen. Backtest 200-Tage-Linie, Dip nochmal auf den Trend, alles denkbar. Wichtig ist nur, wenn wir diese Kerze jetzt wirklich in den Chart brennen, förmlich möchte ich sagen, keine neuen Tiefs mehr. Ansonsten bricht hier eine multiple Struktur aus 200-Tage-Linie, 50-Wochen-Linie, langfristiger Aufwärtstrend und eben diese monströse Bullish Mara-Bazoo-Kerze, die sich eben auch ganz genau auf dem Support der Daily Bollinger-Bänder beispielsweise Support abgeholt hat, die hier ein höheres Tief geschaffen hat zu den April-Tiefs. Also das ist hier dieses Wochentief, was wir gesehen haben bei den 17.400 in etwa, ist hier sehr, sehr wichtiger Support für den Nasdaq. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und der hat sich auch über die wichtigen Levels zurückgekämpft, namentlich hier die 200-Tage-Linie. Die hat er sich sehr, sehr schön zurückgeholt. Die läuft bei 17.514 Punkte und da kann man durchaus jetzt sagen, das beginnt sich hier auch sehr, sehr schön zu entwickeln. Aber wir sind jetzt auch von der letzten Downside von diesem Flash Crash ab vergangenen Mittwoch, hat er ja verloren, der DAX runter ans Tief. Nochmal knapp 10 Prozent sind wir jetzt auch bereits wieder in der Golden Zone angekommen. 38er bis 50er Fibonacci, das ist hier der erste wichtige Bereich für Widerstand. Drüber läuft dann bei 18.100 das 61er und 65er Fibonacci. So einen gewissen Backtest von der 200-Tage-Linie habe ich ja auch nochmal durchaus auf dem Schirm. Aber hier sage ich auch ganz klar, der DAX hat sich vom Tief bereits um knapp 5 Prozent erholen können. Wenn er hier noch ein bisschen durchzieht in Richtung 17.900, 18.000 Punkte, könnte man den nächsten Pullback sich eben ganz genau anschauen. Denn wenn wir hier, wäre ein absolut schönes Setup, möchte ich wirklich dazu sagen, das wäre ein absolut schönes Setup. Was hier Widerstand war, zum Support wurde, gebrochen wurde, Rallye drüber. Backtest, Spring-Backtest auf der 200-Tage-Linie und in 17.400 Punkten. Hier könnte man mit einem wunderbaren Chance-Risiko-Verhältnis auf der 200-Tage-Linie ein Longset abstarten. Wir kommen zum Hang Seng-Index und der hat sich ja eigentlich im Laufe der Woche relativ gut gehalten und hält sich auch aktuell sehr interessant. Ich habe hier noch so eine Projektion im Chart, einfach nur, dass wir vorbereitet sind, dass er sich hier jederzeit noch diese 16.000 Punkte abholen kann. Das wäre nochmal ein Drop hier aus aktueller Sicht um etwa 6 Prozent. Und vor allen Dingen, solange uns der Hang Seng-Index zeigt, dass hier die 200-Tage-Linie eindeutig Widerstand ist, müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben jetzt auch alle wichtigen gleitenden Durchschnitte nach unten trendend, also die 20-Tage-Linie fällt, die 50-Tage-Linie fällt und auch die 200-Tage-Linie beginnt sich hier so ein bisschen nach unten zu drehen. Also so richtig bulische Struktur ist es hier noch nicht. Was mir gefällt, ist dieser Breakout aus dem Abwärtstrend, den wir zuletzt angesprochen haben und jetzt so dieses ganz milde, fallende, konsolidierende. Wenn das halten kann und dazu sollte der Hang jetzt aus aktueller Sicht besser nicht mehr unter 16.900 fallen, dann kann das hier durchaus ein Korrektiv sein und danach nochmal durchziehen in Richtung der 17.600, 17.700. Was ich gerne sehen würde, wäre der Hang Seng-Index zurück über dem Aufwärtstrend, wäre das hier, dass wir wirklich hier unten dann eine ganz krasse Bärenfalle im Chart haben, auch nochmal der Backtest von dem roten Abwärtstrend, nur um danach voll durchzuziehen. Und wir wissen, wenn der Hang seinen Boden hat, dann geht es schnell, dann kann das durchaus passieren. Ob wir allerdings vorher nochmal richtig auswaschen im Hang Seng-Index, das lasse ich jetzt durchaus nochmal offen. Ein wichtiges Support-Level, was wir hier auf dem Schirm haben dafür, um zu sehen, okay, ab wann wird es nochmal vermutlich nochmal ein bisschen rutschig werden. Dann machen wir uns auch einen Preisalarm rein. Das ist hier im Bereich, wenn der Hang Seng-Index fallen sollte, unter die 18.900 bis 18.800 in etwa. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Paypal. Schraubt sich heute etwas nach oben. Die letzte 8-Stunden-Kerze gibt uns hier ein kleines Wochenhoch bei 65,47 Dollar. Über die Hochs aus der vergangenen Woche über die 67,50 Dollar sind wir natürlich noch nicht ausgebrochen. Das bleibt auch die große und wichtige Widerstandszone zusammen mit den 70 US-Dollar. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Level sind dann die 82 US-Dollar mittel- bis langfristig. Das Corona-Tief, dort müssen wir ausbrechen, um dann wirklich massiv ansteigen zu können. Auch wieder in Richtung dreistellige Kurse bei Paypal ansteigen zu können. Was wir uns jetzt hier allerdings trotzdem weiterhin natürlich anschauen, ist von diesem kleinen Crash ab vergangenen Donnerstag runter eben ans Montagstief. Diese minus 13 Prozent und da klettern wir jetzt ordentlich zurück. Wir haben jetzt hier seit dem Tiefermontag bereits auch wieder geschafft 12 Prozent Anstieg, aber sind jetzt genau am 78er und 88er Fibonacci angekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier dieser Bereich von 65,40 bis 66,30 nochmal für eine Reaktion auslösen wird. Hier darf es nochmal dippen. Hier dürfte man auch nochmal diesen Bereich testen, die 63,50. Hier dürfte man im Extremfall auch nochmal runter und die 200-Tage-Linie anzutesten. Nur, und das muss man sagen, da hat sich die Aktie jetzt schon durchaus einen schönen Abstand hier rausgearbeitet. Unter die 200-Tage-Linie wollen wir eher nicht mehr fallen sehen. Im Gegenteil, ich habe hier auch durchaus den Plan nochmal ein bisschen aufzustocken. Aber ich möchte dann auch sehr, sehr gerne sehen, dass wenn diese minus 6 Prozent nochmal kommen sollten auf die 200-Tage-Linie, dass das dann wirklich auch gekauft wird vom Markt. Weil ich möchte jetzt sehen, dass hier möglicherweise auch so ein bisschen Big Money langsam aber sicher Lust bekommt auf Paypal. Weil man hier schon sagen muss, wir haben hier übergeordnet diesem Psychology-for-Wall-Street-Cycle-Chart im Hinterkopf, der uns eben anzeigt, dass hier das Tief im Markt gewesen sein dürfte, dass wir jetzt in dieser Phase der Depression sind. Das schauen wir uns das nächste Mal an, wenn wir die Aktie wieder im großen Bild anschauen, die uns letzten Endes gerne steigende Tiefs zeigt, aber auch nochmal hohe Volatilität zeigen kann, die gerade in dieser letzten Phase der Depression eben dann durchaus nochmal ein paar Leute abschüttelt, nur um dann den großen ersten Impuls zu zeigen. Und dann beginnt in der Regel ein neuer übergeordneter bullischer Zyklus in einem Chart. Und diesen Washout, diese potenziellen Washouts, die habe ich noch auf dem Schirm, um hier wirklich aber ein bisschen Struktur auch mal reinzubekommen, vor allen Dingen auch eine mittelfristige Struktur reinzubekommen, würde ich sehr, sehr gerne sehen, dass wenn die 200-Tage-Linie getestet werden sollte, dass sie dann vom Markt entsprechend gekauft wird. Auch, weil man sagen muss, dass wir jetzt die 20-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie wunderbar, in einer Reihe haben die 20-Tage-Linie am obersten, dann die 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie und alle drei zeigen nach oben. Also wir langsam aber sicher jetzt hier sogar an einem Aufwärtstrend auch strukturell arbeiten. Wichtig dafür ist, das ist hier noch sehr taufrisch, das ist hier noch wirklich auf wackeligen Gazellenbeinen. Das muss hier jetzt wirklich halten. Wenn der Backtest kommen sollte, dann müsste hier wieder ein Käufer in den Markt kommen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Tesla und bei Tesla sehen wir einen weiteren Tag unter der 200-Tage-Linie. Aber wir sehen einen weiteren Tag, wo sich der Markt höhere Tiefs abholt. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es hier bei Tesla weitergehen wird. Wir sind unter diesem Aufwärtstrend, der eben hier im April begonnen hatte, auf dem ganz großen Aufwärtstrend. Wir machen uns den jetzt auch zusätzlich ein bisschen dicker rein in den Chart, damit wir diese Struktur wirklich auf den ersten Blick erkennen. Und zwar das hier ist übergeordnet Bullish oder Bearish Make-or-Break. Das ist der große Aufwärtstrend, da kann sie abkochen, wenn wirklich nochmal richtig Volatilität reinkommt. Dann kriegen wir die Aktien nochmal zwischen 160 und 155 US-Dollar. Muss man sich dann ganz genau anschauen. Das muss halten, ansonsten kann so eine Tesla komplett abstürzen. Hatten wir auch schon häufig angesprochen. Dieser steilere Aufwärtstrend, den darf sie sehr, sehr gerne zurückerobern. Wenn wir hier diese 200, beziehungsweise Verzeihung, diese 180 bis 188 US-Dollar halten können. Das war das Montagstief. Das ist hier aus Sicht des Anstiegs genau das 61er Fibonacci gewesen. Die darf hier nochmal runterkommen. Es darf sie alles machen. Nur dann würde ich gerne von hier sehen, wie gesagt, der erste harte Impuls vom Tief dann hier aufs 61er. Naja, und da müssen wir eben letzten Endes hier mit einem weiteren Impuls durchziehen, dass die dann jederzeit von hier wirklich richtig durchziehen kann. Ich denke, das haben wir hier zuletzt gesehen im Rahmen von dem Juni-Anstieg rauf ans Juli-Top. Das waren 62% und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Wenn die hier Support findet, hat die jegliche Chance, richtig, richtig hart durchzuziehen. Aktuell sind wir nach wie vor unter der 200-Tage-Linie, ganz genau auch unter den 200 US-Dollar-Dips in dem Bereich. Um 180, da kann man, ja, 180 bis 188, da kann man sich kleine Tranchen nochmal anschauen. Je nachdem, wie schwer man Tesla im Depot gewichten möchte. Wer dann hier letzten Endes sagt, naja, den großen Aufwärtstrend, den kaufe ich auf jeden Fall. Da muss man sagen, okay, wenn der Markt nochmal richtig volatil wird, schauen wir uns die Zone hier unten an. Und ansonsten könnte man auch versuchen, so einen Momentum-Trade hier reinzubringen. Das wäre dann hier der Breakout einmal über die 206. Und vor allen Dingen, wenn es Tesla dann schafft, diese Struktur zu brechen, aus dem Abwärtstrend, aus dem steilen und aus dem flachen auszubrechen, dann könnte man hier auch nochmal was probieren, weil das Ziel für Tesla dürfte dann sein im Bereich zwischen 300 und 340 US-Dollar. Wir kommen zu Coinbase und die Aktie ist jetzt wieder über der 200-Tage-Linie. Sie war am Montag bei einem Tief von 161 US-Dollar, ist zwischenzeitlich dann um 25% gestiegen. Und ich kann mich noch erinnern, vor einigen Wochen gab es die Kommentare, naja, diese untere Zielzone, die ist komplett unrealistisch. Naja, wir haben sie ja tatsächlich fast abgeholt, wir hatten sie bei 154 im Chart. Das Tief bei Coinbase war, wie gesagt, bei 161 US-Dollar. Sie hat dann hier dieses Butterfly-Pattern vervollständigt, 78er auf der B, ein etwas höheres C und hier tief sogar fast ein 141er Extension. Also der Markt hat hier wirklich nach unten etwas übertrieben bei Coinbase. Wir haben sie sehr tief überverkauft auch gesehen im Tageschart und im 8-Stunden-Chart gleichzeitig. Und jetzt bin ich hier eben sehr, sehr gespannt, wie es weitergehen wird, um wieder bullish werden zu können. Wir gehen mal auf die linke Seite, muss Coinbase zurück über diese wichtigen 208 US-Dollar. Das war das Level, das wir auch seit vielen Wochen und Monaten auf dem Schirm haben. Das war auch hier dann immer wieder eben der Support. Er hat drunter gebrochen, harter Warshout. Jetzt sind wir zurück. Wenn wir hier nochmal abprallen sollten, müssen wir gleichzeitig natürlich auch auf den Bitcoin schauen. Dann kann es jederzeit nochmal. Die erste Rallye glaubt er nicht. Naja, dann baut er sich vielleicht hier einen Doppelboden, kommt dann zurück und bricht dann letzten Endes bullish aus dieser Struktur aus. Setzt natürlich auch voraus, dass beim Bitcoin nicht mehr allzu extreme Volatilität reinkommt. Vor allen Dingen, dass beim Bitcoin keine neuen Tiefs reinkommen. Ansonsten könnte Coinbase auch hier unten tief in die Zielzone runterlaufen und sich ein minimal höheres Tief abholen im Bereich um die 125 bis 130 US-Dollar. Ganz frisch würde ich jetzt hier auf keinen Fall hinterher springen bei Coinbase. Ich würde mir entweder anschauen, ob sie die 208 US-Dollar wirklich zurückholen kann und dann als Support testet. Oder letzten Endes dann nochmal auf einen Dip warten, hier entweder in Richtung der 200-Tage-Linie und 183 bis 188 US-Dollar oder eben im Extremfall dann schauen, ob sie sich hier einen Doppelboden baut. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.